Hunger vs. Monte. YouTube-Kacke. Zu krass. Das Finale. Oh. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, Alter. Da bin ich aber jetzt mal heiß und hungrig drauf, Digga. Das ist geil. Da schauen wir mal rein. Also, falls ihr alles verpasst habt, die ersten Teile. In diesem Universum leben Monte und ich in dem gleichen Haus. Aber Monte war jetzt im Knast. Das haben wir alles mitbekommen. Das wissen wir. Monte ist jetzt ausgebrochen aus dem Knast. Ist jetzt wieder in der gleichen Wohnung, ja? Aber jetzt... Wie geil, dass er das zusammenfasst. ...reicht mich, dass er auszieht. Warte mal, hinten dieser Spielautomat hier im Auto, dann, Digga. Richtig, richtig geil. Neue Video. Ich habe mir gedacht, euch würde das mal interessieren, wie die Wohnungen aussehen, die ich mir gekauft habe. Das ist eine Wohnung in Hamburg. Und hier wohnt Monte. Moment, Moment, Moment. Junge, hör auf zu stalken. Hör bitte auf damit. Also, 160.000 Euro. Ach ja, scheißegal. Immobilie kaufen, Paypal verwenden. Junge, Umzüge wie viel's. Oh nein, Unge ist ihm hinterhergezogen. Oh oh. Spannung liegt in der Luft, Leute. Spannung. Junge, wie geil ist das bitte dramaturgisch aufgearbeitet, also. Monte. Monte. Digga, wie krank ist das gemacht? Wir haben O-Gefieler. Rolex Boy, 88, Junge. Digga, wer ist das nochmal? Das ist doch, ähm, das ist doch dieser... Wer war das nochmal? Äh, Goebbels ist das doch, oder? Das ist doch Goebbels. Ich werde meinen Kindern sagen, das hier war Goebbels. In Anführungsstrichen News. Herr Schnabel, ich hasse diesen Namen so, wenn die das zu dem sagen. Endlich bin ich mir in der Wohnung eingezogen. Ultra happy, die Wohnung ist der absolute Schnapper. Aktien-Mogul, Hashtag Minimalismus. Ed Monte. Bezahlte Partnerschaft mit Buxtehude. Digga. User, join your channel. It's a prank, little fucker. Digga. Es werft. Mann, Monte. Geh, geh einfach, Digga. Okay. Versöhnungstext da oben, der Channel. Warte auf Entbannung. Abdel, Böhmermann, Newstime, Mirella. Oh, Big Mac, äh, arbeite mal lieber ab. User, join your channel. Och, Junge. Ich bin unlustig. Geh dein Cowboy zum Friseur. Kommt wieder raus, Pony weg. Jeder Mensch hat eine gewisse Privatsphäre verdient. Und? Redest du mich jetzt von der Seite für Kempel? Ich bin heterosexuell. Hey, Junge, ist das krass gemacht, Alter. Holy shit. Weiß es nicht, aber ich hab bestimmt... Ich hätte auch so gerne so jemanden fegen in meiner Community, Alter. Aber das gibt wohl keinen. 100.000 Euro für Anwalt bezahlen. Das ist eigentlich gar nicht so viel, Digga. Wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt diesen Monat 40.000 gemacht hab. Digga, wer arbeitet denn für so wenig Geld? Muss ich ihm recht geben, Digga. Also in meinen Augen, in meinen Augen ist jeder Mensch, der im Monat unter 70.000 verdient, kein Mensch für mich. Muss ich einfach, muss ich einfach so sagen. Sage ich jetzt ganz offen. Ah, Digga, also, ach, komm. Ich will jetzt nicht flexen, aber ich hab jetzt schon 8-stelligen Millionen bereits in meinem Konto. Scheiße. Und zwar hab ich in die Beyond Meat Aktie letztes Jahr investiert. Oh, Mung, das ist gemutet. Das ist einfach nur aus Überzeugung, weil es halt ein veganes Produkt ist und weil das so ein bisschen diesen veganes Bild hat. Und ich dachte, ja, komm, ich steck da mal ein bisschen Geld rein, weil ich hatte einfach was über. Und die ist dann richtig explodiert. Danach hab ich das Geld davon mir genommen und hab's in die Tesla-Aktie gesteckt, weil ich dachte, ja. Ein lecker Mäulchen mit Schokostreusel. Tesla, das sieht grad gut aus und so. Elon Musk, der macht das schon, der macht das schon ganz gute Sachen. Und dann ist die auch noch explodiert. Und aufgrund dessen hatte ich einfach ein bisschen Geld rüber. Äh, hallo? Hey, ist ja schön und gut, was du da erzählst, aber wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Oh mein Gott. Ei. Karaoke, ba? Scheiße, Alter, oh, ne, wirklich. Ich hasse, ich hasse Simon einfach. Real talk. Digga. Sei mir nicht sauer. Ich glaub immer an das Gute im Menschen. Aber die Frage ist halt... Und das, was du willst, ist das, was ich brauch. Oh, yeah. Gis mir Dagi, gis mir Dagi, gis mir Dagi, gis mir Dagi. Halt deine Schnauze! So hab ich dich aber nicht erzogen. Oh, oh, oh! Deine Hunde ist da. Mann, ey! Ich hab's geflogen, du Arschloch! Ich schau auf alles! Alles! Bitte, versucht nachzudenken! Oh, nur halt dein Maul, Alter! Big Mac Bunny, weg! Ach, zudem! Bro, ich hab mich immer gefragt, wie sieht eigentlich eine Existenzkrise aus? Wie sieht die letzten Streams, die ich von den Newstime gesehen hab, Alter? Das ist... Scheiße, Mann! Das war Cringe, dein Urgroßvater, Digga! Piss dich doch! Also, es war wirklich richtig cringe! Ja, keine Sau interessiert sich für dich! Du hast nix zu Artikel 13 gel... Das ist, wie man so besoffen war, wo er Hanno gefrontet hat, Alter! So ein Wichser! In erster Linie tut's mir leid für Mehmet! Oh mein Gott, das tut mir leid! Scheiße, Mann! Mir tut's auch leid für Mehmet! Also, ich muss auch nochmal... Einfach mal zusammenfassend sagen, unabhängig davon, wie das jetzt hier ausgeht... Ich find's eigentlich um die Gesamtsituation sehr schade... Und ich hoffe, dass das nicht so ausgeht, wie es jetzt ausgeht... Sondern, dass man sich da irgendwie die Hand reicht... Und, äh, dass wir erwachsene Männer dann... Schauspielerische Höchstleistung, on point! Also, ohne Scheiß, dir kann man's nicht recht machen! Du bist so ein Hurensohn! Digga! Das nächste Mal, wenn ich zurückdisse... Dann wird's richtig heftig! Montel frisst einfach die ganze Zeit das, was alle lieben! Bro, so krank geschnitten! Und noch die Musikauswahl, so geil, Alter! Fucking Turtles drin, alles! Baba, Junge! Gott deiner Seele gnädig sein! Du wirst das bekommen, was du verdienst! Und du wirst direkt sterben! So, mein Mann, wir haben ein sehr brisantes Thema! Der YouTuber Simon Unge hat Montana Black vergiftet... Und die Anklage wirft ihm Mord vor! Kannst du die Leiche verstehen? Sabine, kannst du die Leiche verstehen? Ja! Doch, das ist vielleicht ein Versuch von der Polizei! Aufstehen! Aufstehen! Er ist noch mal beim Livestream eingeschlafen! Jaaaa! Digga, dieser Plot-Twist! Das ist wirklich Dramaturgie auf höchstem Niveau, Bro! Einfach nur geisteskrank! Einfach nur crazy! Digga! Das ist wirklich extrem! Das ist wirklich, wirklich krank, Alter! Wenn der Hype kickt, checken wir mal ganz kurz, was wir hier haben! Digga, wild, Yoko! Fucking... You fucking deserve it, my man! Wild! Das ist so stark! Ich kann nicht mehr! Das ist so... Digga, das ist ein so ultra starkes Video! Das ist so, ist so! Das als viele Kinofilme, die ich bis jetzt gesehen habe! No joke! 1 von 10, dieses Video! Ehrlich jetzt! Holy fucking... Komplett, komplett geisteskrank, man! Zu... Digga! Stellt alles in den Schatten! Digga! Wie aufwendig einfach! Ich hab schon Cutter! Einfach Kinofilm! Unglaublich kreativ und gestaltet! Dammit! Dieses Video einfach... Digga, zu stark! Digga, das ist echt krass gemacht! Einer der besten Videos, die ich seit langem gesehen habe! Digga! Joko! Absoluter Underdog! Kommt hier mit 20.000 Abos um die Ecke! Und liefert Kinofilme ab! Jaja, ist so! Ist so! Einfach genial! Die Limbas! Digga, zu wenig! Hut ab, Digga! Die Zeit! Da ist er! Der Mount Everest! Der Mount Everest! Zwischen diesem und anderen, anderen YouTube-Videos muss differenziert... Micky ist perfekt nochmal dumm, Alter! Werden! Was ist da... Was ist das... Digga! Was ist... Was ist das für eine Aussage, Micky? Was möchtest du damit aussagen? Was... Willst du damit sagen? Es klingt klug! Aber es ist absoluter Bullshit, Micky! Fass dich mal in deinen rothaarigen Kopf, Digga! Was ist mit dir? Bro! Joko! Joko! Ich schmör's dir, Digga! Also wirklich ganz, ganz wildes Ding! Direkt mal... Direkt mal andere Sachen hier rausziehen, Alter! Ähm... Was haben wir hier? Kommen wir... Jetzt mal ganz kurz alles hier durch! Ich heiße Kevin! Ja! Es ist wieder! Joko, Bro! Digga! Also... Ganz, ganz wilder Kanal auf jeden Fall! Heftig verdient, Digga! Ehrlich! Ich gönne dir deinen Erfolg! Ich gönne dir deinen Hug, Bro! Hoffentlich wirst du... Inshallah mit... Mit Geld und Ehre beregnet, mein Bruder!